Ich begrüße euch zu meinem 11. Themenvideo aus der Reihe Denkt mal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Polizei und Rettungsdienst. Jeder will, dass einem geholfen wird, wenn mal ein Notfall eintritt. Unabhängig davon, ob es brennt, sich ein medizinischer Notfall wie ein Schlaganfall oder Herzinfarkt ereignet, nach einem Unfall oder nach einem Naturereignis. In solchen Situationen ist es wichtig, dass jemand da ist, dem man zum Helfen rufen kann. Der überwiegende Teil der Helfer bei der Feuerwehr oder in den Organisationen des Katastrophenschutzes wird durch das Engagement ehrenamtlicher Bürger getragen. Dieses Engagement sollte für niemanden eine Selbstverständlichkeit sein und diese sich einsetzenden Bürger verdienen unsere Hochachtung. Durch den Personalabbau bei der Polizei ist diese flächendeckend unterbesetzt, um Straftätern habhaft zu werden oder der Vielzahl der eingereichten Anzeigen gerecht zu werden. Somit muss die Zahl der Polizisten, die momentan schon übermäßig viele Überstunden generiert, aufgestockt werden. Des Weiteren muss die Polizei mit mehr Befugnissen ausgestattet werden, um auch präventiv gegen Straftäter vorgehen zu können. Die Zahl der Anschläge, Angriffe, Überfälle und sexuelle Übergriffe ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Um die Sicherheit aller Bürger zu gewährleisten, muss die Polizei auch handlungsfähig sein. In dem Sinne müsste es auch strafbar sein, die Polizei bei der Ausübung ihrer Arbeit zu behindern oder den Anweisungen nicht zu gehorchen. Diese Beamten setzen sich mit ihrem Leben für uns ein und verdienen entsprechend Respekt. Dass die Polizei effektiver arbeiten kann, müsse sie das Recht haben, ohne das Einholen einer Genehmigung, jedes Gespräch auf der Straße, welches sie führen, aufzuzeichnen und auch Bildaufnahmen von möglichen Gefahrensituationen via Bodycam anzufertigen. Für den Katastrophenschutz muss die Dokumentationspflicht stark zurückgeschraubt werden. Es ist absolut unnötig, zum Beispiel, wenn bei der Sicherung eines Stadtfestes ein Pflaster an ein Kind herausgegeben wird, dafür die persönlichen Daten des Patienten vollständig aufzunehmen und zu erfassen. In der Realität ist es leider so, dass jene, die sich für uns einsetzen, für unseren Schutz, für unsere Gesundheit und unsere Sicherheit, massiv angegriffen werden. Wenn Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte angegriffen werden, während sie ihrer Arbeit uns zu schützen nachkommen, ist der Ernst der Lage an nicht tolerable Grenzen gestoßen. Diesen Angriffen, meistens von den linken Terroristen der Antifa, muss entgegengewirkt werden. Ein Video zur linken Gefahr findest du oben unter dem i. Wie auch immer ein Einsatz aussieht, es müsste dringend einen Straftatbestand geben, weit über die reguläre Körperverletzung hinaus, welcher Personen, die Angehörigen der Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienste körperlich attackieren, für viele Jahre wegsperrt. Damit uns geholfen werden kann, egal ob in einer Gefahrensituation, wo die Polizei erforderlich ist, oder in einem Notfall, in dem die Hilfe durch Rettungsdienste oder der Feuerwehr nötig ist, muss man gefunden werden. Dafür sollte bundeseinheitlich auf die AML-Technik gesetzt werden. Diese Technik ermöglicht den Leitzentralen eine genaue Standortbestimmung. Wie soll man sonst Hilfe finden, wenn man in einem Eichenwald mit einem gebrochenen Fuß liegt? Ich liege unter einer Eiche, dürfte nicht reichen. Dafür sind die Leitzentralen Personal aufzustocken. Auf dem Gebiet sollte es keine Bedenken des Datenschutzes geben, da die Technik nur bei Anrufen mit Rettungsleitstellen greift. Damit die Hilfe für jeden immer sichergestellt ist und bleibt, in allen Lagen rufe ich jeden auf, sich ehrenamtlich für die Feuerwehr oder eine Organisation des Katastrophenschutzes zu engagieren. Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, den Malteser Hilfsdienst, den Arbeiter-Samariter-Bund, die Johanniter-Unfallhilfe, die Feuerwehr oder ähnliche Organisationen werden euch dafür dankbar sein. Genau wie viele Menschen, denen dadurch geholfen wird. Ich bin der Ansicht, dass die Hilfe durch Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz stark vereinfacht und unterstützt werden muss. Jeder kann dazu beitragen. Die Politik durch das Schaffen der Strukturen, welche die Arbeit vereinfacht und jeder Bürger, wenn er bereit ist, seinen Teil dazu beizutragen. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Ich würde mich freuen,